hallo ihr lieben hier ist jessica willkommen zurück zu einem neuen video ich möchte euch in dem video dieses buch vorstellen mandalas selber zeichnen und ich habe das buch von der lieben emily geschenkt bekommen vielen vielen dank dafür ich bin immer wieder froh wenn ich natürlich post im briefkasten liegen habe aber auch natürlich sie mit euch zu teilen weil wir alle davon profitieren und als ich das buch angeschaut habe ich dachte im ersten moment ist es ein mandala mal buch aber es ist mandalas selber zeichnen und ich werde das buch nicht komplett durchblättern weil es natürlich ein lehrbuch ist und wenn ihr daraus was machen wollt solltet ihr euch das natürlich auch kaufen aber hier wird alles mögliche erklärt von ja buntstiften wie man mandalas ausmalen kann welche techniken es gibt über beispiele wie gelstifte aquarell welches papier zum beispiel gut ist und dann werden die grundformen angefangen zu erklären wie man beginnt mandalas zu malen und ich finde man muss nicht unbedingt ein talent haben um mandalas zu malen man muss einfach ein paar kreisschablonen und geodreieck haben und zirkel und kann dann eigentlich direkt loslegen man muss nur eben einen sinn für gleichförmigkeit und geometrie haben was eigentlich jeder von uns hat jeder merkt ob etwas gleichmäßig und gut verteilt ist und ja es ist echt interessant das zu sehen und es wird hier einfach alles erklärt und dann eben auch die möglichkeit gegeben dass man unter vorgaben sachen selber einzeichnen kann also muss noch nicht mal eigenes papier dafür besitzen quasi oder eben zirkel und kreisschablon man hat hier sehr sehr viele vorgaben direkt im buch wo man eben loslegen kann und auch kleine details üben kann da werden super viele beispiele gegeben ein bisschen erinnert mich das nicht nur an mandalas sondern an send hengel heißen die glaube ich das ist ja auch diese freie mal form also das ist auch eine andere form zu entspannen und nicht nur auszumalen sondern vielleicht um auch mal selber zu malen und seine artistische aber zu entdecken und ja ich fand das super interessant und ich hatte da schon länger mal darüber nachgedacht das selber zu probieren gerade mit so süßen sachen wo blumen eingezeichnet sind und ich finde das eigentlich eine sehr sehr gute und schöne idee also das ist nicht so das typische malbuch dass ich mal vorstelle sondern ja einfach mal eine idee oder vielleicht ein kreativer geschenktipp wenn ihr jemanden kennt der eben sowas gerne macht oder einfach ja kreativ veranlangt ist und gerne sachen ausprobiert ja dann hoffe ich ich habe euch ein bisschen input geben können mal was neues auszuprobieren probieren und ich hoffe dass ich ein link sender las sind hengels und mandalas und sender lasst das ist cool habe ich nicht gesehen ja ich hoffe dass ich dazu einen link finden werde und werde es euch auf jeden fall unten in die infobox stellen dann vielen dank fürs reinschauen bis zum nächsten video tschüss